Ich werde einfach mal umgaunen. Oh, da ist eine Dasha-Hand. Die muss ich mir tatsächlich holen. So. Eingesammelt. Geht's weiter. Ich glaube hier nach oben. Ja, sieht gut aus. So. Die hinter uns, die sind schon, sind sie weg. Kannst nicht ewig verfolgen. Oh, ein Udam-Bau, ja. Totems der Alten. Sieht scheiße aus. Udam halt. Jetzt haben wir hier. So, Tigri. Sehr schön. So. Alle erledigt. Halte ich selbst, Bestie. Das bisschen muss ich ja jetzt nicht übernehmen. Sehr gut. Wo ist der Questmarker da ganz unten? Kommen wir da wohl, also wie kommen wir da am besten hin? Oh, puh. Wahrscheinlich müssen wir zurück und dann einmal so rum. Aber ich werde mal versuchen, ob ich hier über die Berge drüber komme. Ja, Reiten ist vielleicht keine so schlechte Idee. Geht's zügiger. Wesentlich. Ach, schon wieder. So. Alles tot, alles ruhig. Hier kommen wir anscheinend nirgendwo hoch. So gern wir das vielleicht auch nur möchten. Allerdings ist hier auch noch ein Fragezeichenloses. Frosthöhlen, Ort entdeckt. Aha. Angeblich hatte ich die noch nicht entdeckt. Ist mir jetzt neu, aber naja. Laut Karte sind die nämlich sehr wohl entdeckt. Mist. Wenn ich hier raufkomme, dann kann ich eventuell einmal drüber springen. Ach, das wird glaube ich nix. Nee, keine Chance. Wir werden wohl außen rum müssen. Bleib doch mal hier. So, einmal aufsteigen bitte. Hallo, aufsteigen. Aufsteigen. Was soll denn das? Steig auf. Was soll denn der Schwachsinn? Steig auf hier. Na endlich. Komm nicht gleich so, ey. Verstehe ich jetzt nicht. So. Lecker. Gibt's nochmal ein Snack für dich zwischendurch. Wo lässt mein Venja in Ruhe? Damit das klar ist. So. Gab's einmal ein bisschen Buffet heute. Kann den Tiger freuen. So, wir wollen hier nur einmal außen rum. Um da vorne hinzukommen. Äh, beziehungsweise müssen wir da lang. Noch ein Stückchen. Vermute mal noch ein Stückchen weiter links. Da müssten wir dann eigentlich einen Durchgang finden. Sieht doch auch gar nicht so schlecht aus dafür. Das da, das sieht doch... Ja, das sieht sehr nach einem Durchgang aus. Perfekt. War das nicht hier, wo wir dieses Mammut gejagt haben? Ich glaube, das war hier. Ja, stimmt. Der ist halt immer diese Brücken eingerissen. Ach, der Tiger stellt sich manchmal an. Wenn man zeitig springt, dann geht's. Dann kann er sich nicht dagegen wehren. Ist dann ganz gut. Hungrige Senke. Ort entdeckt. So, Questmarki... Also Questmarkierung. Nicht Kartenmarkierung wollte ich nur eben so entfernt haben. Dann können wir hier nochmal ein Venja helfen. Muss da oben sein. Oh, oh. Uffu. Ja. Kommen wir mal wieder nicht vorwärts. Ist noch eine Daisha-Hand. Weiß nicht genau, wo ich da hinkomme. Aber ich vermute mal... Der Greifhaken wäre eine Idee. So. Mal ra... Gut, dann gehe ich halt nicht darauf. Gehen wir mal einfach hier lang und gucken mal, wo wir ankommen. Anscheinend möchte man ja nicht, dass wir da oben lang gehen. Von daher... Muss es wohl einen anderen Weg geben. Weißt du, wir gehen nur an den Viechern vorbei. Die sind direkt Ultra-Agro. Schön mitkommen. Ach, du blödes Vieh, Alter. Verreck halt. Wenn es nicht mitkommt, dann hat es Pech gehabt jetzt. Ist auch selten dämlich. Wenn ich das Ding rufe, dann sollte es auch mal mitkommen einfach. Wie kommen wir denn da hin? Hm, verdammt. Da müssen wir doch außen rum. Ich werde nicht schlau manchmal aus diesen Kartenverhältnissen. Autsch. Ach, lass mich doch in Ruhe. Äh... Verzieht euch. Ach. Ach, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich habe euch doch gar nichts getan, ey. Verkackte Mammuts, Mann. Ich hasse die. Mann. Oh, hier kommt der natürlich auch rauf. Oh, leck mich doch. Du blödes Kackvieh. Verdammt nochmal. Oh, jetzt kommt es wieder angetrampelt, das blöde Ding. Lass mich in Ruhe, du blödes Kackvieh. Oh, ich verstehe es einfach nicht, warum die so enorm Agro sind, ey. Wir sind nur an denen vorbeigegangen. Sonst gar nichts. Verstehe ich wirklich nicht. Kein Verständnis für Mammuts, du. Na, der denn da drin. Ich glaube, ich habe gerade unseren Zugang gefunden. Verstehe ich nicht. Oh, das hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. So, wir müssen uns nochmal vielleicht jetzt schon mal heilen, sonst ist gleich Feierabend. Und eigentlich muss man uns doch vernichten können. Wir stecken jetzt hier so rum. Ach gut, jetzt stecken wir nicht mehr fest. Sehr gut. Mann, 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 ey. Diese blöden Mann, jetzt ich sag's euch. So, was gibt's denn? Oh. Gut, haben die gefangen genommen. Suchen und retten. So. So, erste, was ich mache. Best hier wiederholen. Werden wir sicherlich gut gebrauchen können. Biedenschwarm nehme ich. Wieso? Genau. Kann ich jetzt hier nicht die Quest annehmen? Hä? Also, heute will mich das Spiel ein bisschen verarschen, habe ich den Eindruck. Muss ich hier irgendwie in einem bestimmten Winkel dran stehen? Oder, oder? Was soll der Scheiß jetzt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt erstmal zurück zum Dorf und vielleicht einfach die Dorfmission nochmal mitnehmen. Verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt heute irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Erst dieser Mist bei dieser Nashorn-Mission. Jetzt hier dieser Scheiß. Weiß ich nicht. Irgendwas ist heute nicht ganz koscher. So, gucken wir einfach mal, was die Leute im Dorf hier möchten. Vielleicht ist es ja auch ein Zeichen. Wer weiß. Alles klar. Verlorenen Bruder finden. Hört sich doch gut an. Wo ist die Dorfmission? Da hinten, Alter. Boah, da muss man ein Stück zurücklegen eigentlich. So ein Glück gibt es die Schnellreise. So. Kann man das Vieh rufen. No Crocodile. Doch, eins. Da vorne. Soll uns aber erstmal nicht weiter kümmern. Hofern das nicht hier rüberkommt. So. Rufen jetzt einfach so lange, bis das Vieh bei uns ist. Irgendwann portet es sich ja. Zack. Steht es neben uns. Ah, das sind Befreundete. Dann ist gut. Aber den Ort hatten wir noch nicht entdeckt. Lager in der Flussungung. Natürlich sind wir nachts unterwegs, ey. Sowas Blödes eigentlich. Okay. Müssen wir doch nochmal rüber um... Ah, ein Fischchen. Verfolgt uns hier. Okay. Hat schon wieder abgelassen. Aber das ging schnell. Das ging jetzt aber wirklich schnell. So. Gucken wir mal, dass wir hier... ...die Leute finden. Blut und Honig. Eine Sache wollte ich gerade mal gucken. Ich habe noch vier Fähigkeiten. Habe ich mir fast gedacht. So. Zack. Was ist hier? So. Ja, immer nur mehr Köder herstellen und so. Naja. Bringt uns eigentlich erstmal nichts. Aber hier die... die zwei Sperre statt einem Waffenrat. Das ist von mir aus. Mein Gott. Warum denn eigentlich nicht? Boah. Da geht es natürlich lange mit den Nahrungsdingern. Plus zwei Fleisch. Plus zwei Tierfett und Tierhaut. Weniger rote Blätter. Finden wir noch mehr Holzstücke. Steine, Schilfton und Steinstaub. Mhm. Oh, das sollten wir vielleicht noch nehmen. Gehen wir vielleicht doch nochmal hier die Richtung. So. Dann können wir hier... Du durchsuchst Gegner automatisch, während du einen Take-Down ausführst. Das ist ganz gut. So. In die Richtung geht es. Brauchen wir noch zwei Fähigkeitenpunkte für. Sollte jetzt nicht die Welt sein. So. Zack. Ach so. Ja, wir müssen ja mit dem Jägerblick jetzt wieder Gegend ein bisschen absuchen. Bis wir aber was Interessantes finden. Aber leider finde ich gerade überhaupt nichts. Dit ist mein Problem. Nur hier war was. So, hier ging so... Ach so, hier ging so eine kleine... Eine Bären-Spur. Aha. Von hier aus vermutlich einfach geradeaus, oder? Vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung. Nein. Da. War noch eine Spur. Führt mich in diese Richtung. Da geht's lang. Wahrscheinlich wieder eine etwas größere Blutlache. Ja. So. Vermutlich geht's wieder weiter... ...in dieselbe Richtung. Hm. Von hier aus sieht man einfach gar keine nächste Spur. Nur das hier. Haben wir nicht auf der Karte noch ein bisschen was? Eigentlich wohl wahrscheinlich, dass wir... Weiß ich nicht. Da vielleicht irgendwie hin müssen. Das könnte sein. Willst du mich? Siehst du? Hab ich mir gedacht. Schön bei mir bleiben. So, aha. Wieder die Spur aufgenommen. Ah, schön. Das ist weiter. Aua, ey. Kackvieh. Ja. Was ist denn los hier? Ich streife hier ganz unschuldig durch die Lande... ...und die rasten hier direkt aus, die Viecher. Ach so, da. Ui, ui, ui. Ich muss eigentlich viel vorsichtiger sein, als man denkt. Vorne ist dieses Teil zum Rufen. Alter, lass mich da hoch. Ich werde sonst entdeckt hier. Ach, na endlich. So, ich fliege nochmal mit der Eule. Nur sicherheitshalber. Sicher zu gehen, dass hier nicht noch ein Rufer herumsteht. Da ist nämlich schon einer. Ups, falsche Bombe. Oder? So. Das Ding vernichtet. So, den da würde ich gerne... Oh, den kann ich nicht tö- Doch, kann ich. Nein, kann ich nicht. Ich hab den falschen. Wollte eigentlich den Dicken erledigen direkt. So, was ist hier? Die nicht schon. Neh, nehm ich sogar gerne. So, die müssen wir nochmal... ...schön auffüllen. Bleiben wir bei denen. Bei denen. Bei dem hier. Boah, hier müssen wir erstmal... ...Sperre. Wir haben kein Hartholz mehr. Damit. Da bleiben wir auf der Keule. Keule und das hier immer noch. Okay, das Vieh ist tot. Das ist schlecht. Nichts. Schwampa. Stop. One. Uda. What height? Ah! Recher! Recher! Changa. Darsch! Ich dachte, der kann Schädelmasken durchbringen. Ich muss mal hier durchrennen. Meine Weste ist anscheinend schon tot, verdammt. Ich dachte jetzt eigentlich, die würde ich noch retten. Boah, wir brauchen mehr, viel, viel mehr Rotblätter leider. So, da vorne noch irgendwie. Zwo. Da läuft noch irgendwas. Ach, ein Bär. Ja gut. Bär ist mir Wumpe. Wenn ja, sind hier sicherlich drin. Na also. Kein Problem, Junge. So, sehr schön. Blut und Honig abgeschlossen. Perfekto. So. So langsam sieht es auch gut aus, was Fragezeichen angeht, ne? Okay. Drei sind zu viel. Eins, zwei. Zack, okay. Eins, zwei. So, das ist die maximale Entfernung. Fragezeichen-Technik sieht es hier jetzt schon mal gut aus, auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir nächstes Mal in dieses Gebiet oder so, weil da oben scheint es ja einfach nicht zu funktionieren, wie es soll. Da ist auch wieder eine neue Dorfmission. Interessant. Gucken wir also vielleicht gleich, äh, quasi in der nächsten Folge dann durchziehen. Oh, hier sind sogar zwei. Dann reden wir noch kurz mit denen. Mach ich, mach ich. Was will er da? Alles klar. So, haben wir zwei neue Missionchen hinzugefügt bekommen zu unserer Kartenliste von Missionen, so. Naja, wie auch immer, ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn du ein Abonnent bist. Vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.